Es ist auch schön, dass wir heute ein Ernährungsthema aufnehmen. Mein Kuchen steht da hinten auf dem Tisch, weil mir der Kreislauf heute Morgen abgekackt ist. Ernährung, Sport, vielleicht morgens noch meditieren, eine Stunde Yoga machen, journalen und jeden Tag ein Buch lesen. Und manifestieren hast du vergessen. Achso, Entschuldigung. Und manifestieren. Ich weiß, dass dieses Programm das Leben verändern kann, den Mami-Alltag viel einfacher machen kann. Ich habe es ja jetzt getestet, sechs Wochen lang. Es hat bei mir auch Klick gemacht. Herzlich willkommen bei Mama Academy, dein Expertinnen-Podcast vom Mama werden, über das Mama sein, zum Frau bleiben. Hier dreht sich alles um die Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenbodengesundheit und Mindfulness im Crazy-Mama-Alltag. Ich würde mal sagen, Bonny, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, Katha, dass ich da sein darf. Ich habe so lange gewartet und mich den ganzen Morgen schon auf unser Gespräch gefreut. Ich hefte so gerne mit dir, Katha. Oder? Wie lange haben wir das jetzt schon vorgehabt? Oh, wir haben ein halbes Jahr bestimmt. Mindestens. 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 Haben viel drüber geredet. Mit Babykugel eigentlich, ne? Ja. Mit einer ganz dicken Babykugel, mit meiner kleinen Maus, in die ich knallverliebt bin. Die ist vor sechs Monaten auf die Welt gekommen. Ja. Wie schnell die auch wachsen. Ja, sechs Monate schon alt, ne? Das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, was in sechs Monaten passiert. Und die macht mich jeden Tag einfach so glücklich. Oh Mann, ist so schön, dass du hier bist. Wirklich, ich freue mich riesig. Danke für die Einladung. Richtig, richtig schön. Ihr fragt euch jetzt, wer ist Bonny? Bonny ist meine Personal Trainerin und ich freue mich riesig, dass sie jetzt heute hier ist, weil sie einfach ein unfassbares Wissen im Training hat und zum Thema Ernährung. Und wir haben uns gedacht, dass wir eine schöne Folge für euch aufnehmen und drehen zum Thema Ernährung im Mama-Alltag. Und ich würde sagen, Bonny, erzähl doch einfach ein bisschen was über dich selbst, damit unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, wer du bist und was du so machst. Unheimlich gerne, Katha. Also ich mache eine riesen Long-Story-Short. Ich bin eigentlich Wirtschaftsmathematikerin, habe fünf Jahre bei KPMG gearbeitet und dann der ganz typische Finanzwelt-Aussteiger. Ich habe erkannt, das ist nicht mein Leben und bin nochmal auf Null gegangen, habe Sportwissenschaften studiert, habe am Ende des Studiums dann eine ganz klassische Bahn durchlaufen von der Praktikantin in einem Luxus-Fitnessstudio bis hin zur Managerin in, ich glaube es waren 14 Monate mit fünf Beförderungen. Und danach habe ich sogar den Deutschland-Posten, Produktmanager-Posten angeboten bekommen, habe den abgelehnt, habe gesagt, so und jetzt mache ich mich selbstständig. Ja und heute, fünf Jahre später, habe ich 25 Trainer, Ernährungscoaches, Nationalhelden, sage ich immer, Profisportler, in meinem Trainerteam und Coaching-Team, die mich unterstützen, also als Mitarbeiter. Zwei Personal-Training-Standorte und ein Ernährungscoaching-Zentrum hier in Frankfurt. Ja, mega gut. Und auch super schön und wirklich sehr professionell, das muss man echt sagen. Ja, ich glaube, das habe ich in der KPMG-Zeit mitgenommen. Ich verstehe so viele meiner Kundenkette. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe. Ich glaube, das ist schon einfach wirklich sehr witzig. Da haben wir uns wohl zufällig gefunden. Aber nur ganz zufällig. Aber sag mal, du hast ja gerade gesagt, du bist auch Mama. Magst du da vielleicht privat noch so zwei, drei Facts teilen? Unheimlich gerne. Wir sind keine klassische Familie. Ich bin mit einer Frau verheiratet. Das heißt, ich durfte die letzten drei, vier Jahre IVF-Behandlungen, Klinikaufenthalte und so erleben. Und es war total eine spannende Zeit. Wie wird man schwanger als lesbisch verheiratetes Pärchen? Und wir haben es Gott sei Dank jetzt nach drei Jahren geschafft. Es war ein langer Prozess, der natürlich auch mit viel, nicht nur Höhen, sondern auch ab und zu Tiefen verbunden war. Denn mit 39 Jahren wird man vielleicht nicht beim ersten Rutsch direkt schwanger. Bei uns Gott sei Dank zum vierten Rutsch. Ich bin sehr stark da rausgegangen. Meine Frau hat immer gesagt, du bist so eine taffe Socke. Lustigerweise war meine Frau die, die mehr gelitten hat als ich, als es dann doch mal nicht geklappt hat. Ja, und ja, wir sind, die Lari und ich, wir sind beide selbstständig und managen ein selbstständiges Leben mit Kind in der Großstadt. Ja, und sie hat auch einen super coolen Job. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan von euch. Und ich finde irgendwie, ihr seid schon für mich, also auch eine klassische Familie tatsächlich. Ja. Ich finde es übrigens auch ein geiles Thema für eine andere Folge, weil das halt ja auch einfach, also wenn man da Lust hat, drüber zu sprechen, weil das gibt auch so viele. Wir haben unsere, ich weiß noch, im ersten Kurs, den wir gelauncht haben im Gesund durch die Schwangerschaft damals, hat sich eine Frau angemeldet, die sich damals getrennt hat von ihrem Partner, weil sie so einen krassen Kinderwunsch hatte, er aber gar keine wollte und sie ist in die Kinderwunschbehandlung gegangen und hat sich den Kurs gekauft, damit sie safe weiß, dass sie gut versorgt ist in der Schwangerschaft, da war sie noch nicht mal schwanger. Wow. Und das war so krass, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, immer überall und sie ist dann irgendwann noch schwanger geworden und die ganze Gruppe hat sie so krass da durchgetragen. Also ich finde, das ist unfassbar. Also heftig. Wenn du einfach nicht das klassische Bild bist, ja, Frau, Mann verheiratet bekommen, ihr Kind auf natürlichem Wege, dann ist Umfeld so entscheidend. Umfeld kann eine Gruppe sein, die dich motiviert und weiterbringt. Oder Umfeld kann auch Austausch sein. Bei mir war es richtig wichtig, dass ich ein rationales Bild darauf bekomme, wie viele IWF-Therapien braucht man denn im Schnitt? Austausch, dass es auch zu Aborten kommen kann, Frühaborten und so weiter. Ich hatte, letztes Jahr war ich dreimal schwanger. Ja, und wenn du ein gesundes Umfeld hast oder eine Gruppe oder, ja, dann kommst du da viel leichter einfach durch. Ja, und guck mal, in meiner Realität, in meiner Welt seid ihr eine klassische Familie, ne? Aber es ist echt auch krass, also so ganz individuell, so für mich, aber ich kenne euch ja auch, also, ne, das ist so, so schön. Ich habe mich so riesig gefreut. Und jetzt hängst du drin im Mama-Job. Herzlich willkommen. Katha, oh ja, jetzt hänge ich drin. Jetzt hänge ich drin. Ich erinnere jeden Abend an die True Fixes mit meiner Frau, um den nächsten Tag zu planen. Kind, als Geschäftsführerin zu arbeiten und man will ja auch was für sich tun, ja. Man will sich gesund ernähren, man will Sport machen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist echt die größte Herausforderung. Ich habe früher immer mit Muttis zusammengearbeitet, ohne dass ich je ein Kind bekommen habe und habe ihnen geholfen, zum Beispiel die Ernährung umzustellen oder Sport wieder in ihren Alltag zu integrieren. Ich war auch da. Du warst auch bei mir und jetzt weiß ich wirklich, was es bedeutet und kann es auch mal nachfühlen. Und habe noch viel mehr mich weiterentwickeln können die letzten sechs Monate, was denn wirklich im Mama-Alltag funktioniert, gerade in Sachen Ernährung. Hat sich deine Perspektive verändert? Weil ich finde, also ich war ja selber, ne, also jetzt mal ganz ehrlich, wir trainieren ja als Familie in der Regel regelmäßig, momentan nicht, weil ich ja jetzt echt die letzten zwei Monate echt, also wir wollen mir gar nicht drauf eingehen, aber ich war auf jeden Fall nicht regelmäßig da. Ich war eigentlich fast gar nicht da, aber jetzt am Samstag sehen wir uns auf jeden Fall. War ich mich? Ich mich auch. Aber ich finde, also so habe ich das erlebt im Mama-Werden, dass man vorher so eine Einstellung hat und man geht auch mit den Menschen um, weil man ja mit denen auch arbeiten muss oder halt eben, sag ich mal, also ausgesetzt ist auch in der Hinsicht. Aber man schaut da ja schon irgendwie mit so einem anderen Auge drüber, ne? Und wenn man dann aber selber die Sache erlebt hat, den Schlafmangel, den Stress, dass der Tag dann einfach mal anders startet. Also es ist auch schön, dass wir heute ein Ernährungsthema aufnehmen. Mein Kuchen steht da hinten auf dem Tisch, weil mir der Kreislauf heute Morgen abgekackt ist. Und es ist schön, dass sie jetzt direkt hier reinkommt und das dann sieht. Das war so richtig Murphy's Law. Ich konnte mir einen Kommentar natürlich nicht ersparen, Katha. Aber auch Kuchen darf mal sein, wenn es jetzt nicht anders geht. Aber du weißt, also die Perspektive hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, oder? Tatsache, ich hatte vorher weniger Verständnis. Du weißt, ich bin da sehr strikt in meinen Ansichten und war noch strikter vorher. Was ich gelernt habe, ist kognitive Flexibilität. Das heißt, vorher habe ich immer gesagt, naja, wenn du abnehmen willst, dann kriegst du hier einen Ernährungsplan und der muss doch funktionieren. Das ist alles nur eine Sache der Priorisierung. Diesen Satz hören wir immer von den Trainern. Jetzt sag mal einer Mama, Katha, das ist alles eine Sache von Priorisierung. Welche Antwort bekomme ich dann? Boah, ich hätte am liebsten manchmal losgeweint. Oder die Antwort, ja, ich entscheide mich für meine Kinder. Ja, das ist auch, das ist, ja, ja. Immer, immer. Eine Mutter entscheidet sich am Ende immer für ihre Kinder. Also mit dem Satz kommt man nicht weit. Ein paar Muttis haben immer taff ihre Ernährungspläne durchgehalten, haben dann nach, was weiß ich, nach sechs bis neun Monaten, wenn sie fertig waren mit dem Stillen natürlich, haben die ihr Traumgewicht wieder erreicht. Vor allem die, die auch mit ihrem Körper arbeiten. Models, Schauerspieler und so weiter. Und auch andere Mamas haben es geschafft und andere eben nicht. Und die motiviert man überhaupt nicht damit, wenn man sagt, naja, da musst du deine Prioritäten richtig setzen. Ja, da kriegst du eher an die Grunde rein. Das ist alles nur Mindset, ja. Egal wie die Nacht war, du entscheidest morgens, wie dir es geht. Das ist alles richtig. Aber ich habe einfach gelernt jetzt, dass es eben so einfach nicht funktioniert. Und ich habe ein ganz neues Konzept entwickelt, was einfach nicht darauf abzielt, strikte Ernährungspläne einzuhalten, aufwendig zu kochen. Weil was eine Mutter nicht kann, ist, sich jeden Abend nochmal eine Stunde hinsetzen, die Gerichte zu planen, dann nach dem Kochbuch mit 50.000 Gewürzen ihre Familie dreimal am Tag zu bekochen. Nee, das funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, Planungen einhalten funktionieren nicht. Dann haben wir auch das Thema emotionales Essen, Stressessen. Man sieht es, man hat vielleicht einen Podcast-Dreh, Katha, und hat morgens Stress. Und dann hat man vielleicht keine Zeit, sein gesundes Porridge in aller Ruhe morgens vorzubereiten, weil das Kind… Dann ist es der Kuchen oder die Käsebrezel. Genau. Aber bei mir war es heute zumindest ein kleines Stückchen Kuchen und nicht die fettige Käsebrezel. Ja. Ob Zucker oder Fett, weiß ich nicht. Was eine bessere Quelle ist. Vom Regen in die drauf. Aber du hast dir heute eine kleine Zuckereinheit gegönnt. Sehr realitätsnah, wie immer. Aber es stimmt. Es ist ja genau das. Und das Wichtige ist, dass du es heute Mittag oder heute Abend vielleicht besser machst. Auf jeden Fall. Da haben wir den dritten Baustein neben Planung, emotionalem Essen. Zum Beispiel, wenn man Stress hat oder weil es einem nicht gut geht. Oder das Kind schreit drei Stunden. Dann geht man nicht gemütlich, freudig in die Küche und schnippelt sein Brokkoli. Es passiert einfach da nicht. Dann holt man sich was Schnelles. Und der dritte Punkt, nämlich neben Planung und emotionalem Essen, ist die Fähigkeit der kognitiven Flexibilität. Das heißt, ich stehe morgens auf und hatte geplant, für die ganze Familie leckere, frische Smoothies zu machen. Ja, klar. Genau. Klappt ja manchmal. Aber manchmal eben auch nicht. Dann stehst du nämlich auf und deine kleine Tochter, das hatte ich heute Morgen übrigens, meine kleine, liebe Tochter, hat sich heute gedacht, sie hat heute mal einen Motze-Tag. Ja, meine Frau war arbeiten, ich wollte schnell hier zu dir, wollte mich schön ernähren, vorher gut gelaunt und es hat nicht geklappt. Und was machst du dann? Und das große Thema heißt kognitive Flexibilität, dass man sich eben keine negativen Gedanken macht und ständig sagt, hey, ich bin so eine schlechte Mutter oder jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und wenn ich meinen Smoothie nicht habe, kann ich keinen Podcast mit der Kata aufdrehen, sondern zu sagen, okay, Mist, es hat nicht geklappt. Schüssel genommen, Haferflocken rein, Nüsse oben drauf, eine Handvoll Beeren draufgeschmissen und in drei Minuten runtergeschlungen. Das war eine Sache und fertig. Es gab keinen frisch gepressten Saft heute Morgen. Ja. Und das ist, wir müssen einfach die Faktoren annehmen. Wir können nicht jeden Tag planen. Wir haben keine Zeit, um viel zu planen. Wir haben Emotionen und die Dinge kommen immer anders, als man denkt. Und dann musst du die Priorisierung noch einbauen, weil, also wir können ja mal, also ich gehe mit allem mit. Ich finde, das ist wirklich so und dann haben wir ja auch noch die Tatsache, dass wir dann, wenn wir dann die Zeit haben oder oft, also sage ich mal so im ersten Babyjahr ganz oft, wenn man dann eigentlich, also in der Regel typischerweise, nicht bei allen, aber sagen wir mal ein klassisches Bild auch, bleibt die Mami zu Hause und kümmert sich um das Baby. So, dann fängt irgendwann die Brei- und Baby-Led-Weaning-Zeit an. Oh, da sind wir gerade drin. Da haben wir gerade mit angefangen. Ja, das ist so, aber das fängt dann an und das machst du da auch. Prio eigentlich wieder auf dein Kind legen, weil anstatt das Aletik-Gläschen zu kaufen, kochst du dann lieber selber drei Stunden, vergiss dich selbst und das Kind isst es dann nicht. Also schon wieder ein Frustrationsgrad, der drin ist. Ich zum Beispiel, nur mal keine Randnotiz, ich habe aufgehört zu kochen, selbst zu kochen und habe nur noch Aletik-Gläschen oder Hip-Gläschen geholt, weil die halt einfach funktioniert haben. Weil die auch viel leckerer geschmeckt haben, tatsächlich als halt irgendwie selbstgekochtes Essen. Bei Baby Nummer zwei, bei meiner Kleinen war es anders. Die hat den großen Bruder gesehen. Die hat angefangen, direkt am Tisch mit zu essen. Die hat auch Brei-Gläschen und sowas bekommen, ganz klar. Aber ich war viel, viel entspannter, weil ich einfach auch so diesen Performance-Druck einfach nicht hatte, in eine Überperformance zu gehen. Mein Kind braucht nur das Beste. Haben wir nicht gemacht. Und das war eigentlich ein richtig guter Schlüssel. Aber so in der ersten Phase, wo man das ja alles irgendwie noch nicht kennt, ist es ja wirklich ganz oft so, dass man einfach das alles richtig machen will. Und dann macht man da wieder was, dann funktioniert das nicht. Also ich weiß nicht, wie oft ich in einer vollgespuckten Küche gesessen habe, mit Karotten überall. Und dann wollte das Baby irgendwie schlafen, dann stillst du. Und dann sitzt du da und isst vielleicht irgendwie nur so Karottenbrei oder so. Also ich finde, dass auch mit einem Schlafmangel noch kombiniert, dass der Haushalt dann aussieht, wie Sau, du eigentlich noch zum Sport willst. Und wir auch noch beim Kind Nummer 1 ganz oft das Ding haben, dass alle in irgendwelche Babykurse rennen wollen, weil jeder es macht. Auf dem Land ist es vielleicht, sag ich mal, klar, da hast du das auch, aber hier in Frankfurt musst du ja schon, wenn du zum Schwimmkurs gehen willst, musst du ja irgendwie drei Wochen vorher dir den Termin schon mindestens fett eintragen, kurz vor acht beim Schwimmbad sein, damit du als 15. Person in der Reihe stehst. Genau so ist es. Und dich dahin zu stressen, was vielleicht gar nichts bringt mit dem Kind. Also total abhängig. Meine Kleine, die hat außer deinem Gym, hat die sonst noch keinen Kurs gesehen von innen. Und die ist trotzdem mega happy und mega krass entwickelt und benimmt sich wie eine Vierjährige. Beim Großen habe ich mich abgerackert und bin von Termin zu Termin gerannt und wieder von Termin. Und wie, weißt du, wie oft ich beim Bäcker war und mir die Käsebrezel und das Buttercroissant reingepfiffen habe? Ja. Um in den Rückbildungskurs zu rennen, wo er die ganze Zeit nur geschrien hat. Du weißt ja, dass ich erst Mami bin. Ich mache genau das durch, was du am Anfang durchgemacht hast. Also die Analoge geht natürlich in drei Babykurse pro Woche, P-Gip, Schwimmen, Fabel. Wir machen alles selbst noch. Und ich merke momentan, Mensch, Baby ist ja ein Vollzeitjob. Und es ist viel. Es ist auch für die Kleinen oft zu viel, tatsächlich. Ja, Gott sei Dank ist unsere in einem sehr guten Rhythmus. Das heißt, sie schläft sehr gut und drei Kurse pro Woche kriegen wir gut hin. Die hat da richtig Spaß. Die geht da auf. Würde ich jetzt sehen, das ist zu viel, würde ich einen Schritt zurück gehen. Also drei ist, glaube ich, so gerade so die Grenze. Ja. Und das Wichtige ist, wenn wir über Ernährung reden wollen, in genau so einem Alltag, ja, da stellen wir uns zurück. Und da brauchen wir einfache Lösungen. Und da habe ich angesetzt, hey, wie kriegen wir denn unsere ganzen Themen, die wir so haben, unter? Und habe gesagt, boah, ich entwickle jetzt ein Baukastensystem. Baukastensystem und Baukastensystem, mit dem du Cutter oder ich Cutter in jeder Situation im Alltag. Und es funktioniert. Was kann ich euch versprechen? Ja, die besten Entscheidungen treffen können. Ja, was ist die beste Entscheidung beim Bäcker? Was ist die beste Entscheidung, wenn ich im Supermarkt bin, ohne dass wir planen müssen, Kochbücher angucken müssen, ohne dass wir einen riesen Aufwand haben? Was ist die beste Entscheidung für uns zu Hause, wenn du den Kühlschrank aufmachst? Welche Kombination der Lebensmittel ist denn jetzt das Beste? Es geht nicht um das Perfekte. Es geht um die jetzt beste Lösung. Genau. Und ja, es ist eine Sache, weil ich finde so, wenn wir jetzt mal kurz an die Rolle denken, was haben wir? Wir haben die Mami, die genau in diesem Stresslevel drin steckt. Das ist halt mit einer der längst gefühltesten Phasen. Und dann haben wir aber auch die Mama, die wieder anfängt zu arbeiten, oft in der Regel, das Kind in der Krabbelstube hat und versuchen muss, zwischen ihrem Joballtag den Nachmittag mit Kinderbetreuung zu machen und da noch irgendwie Sport oder Ernährung zu integrieren. Und das muss ich sagen jetzt gerade, meine Kinder sind ja sechs und zwei. Und das ist auch bei meinen Freundinnen, die jetzt auch gerade so in der Phase sind, die nicht so in der Baby-Baby-Phase sind, sondern halt, wo die Kinder halt eben, sagen wir mal, älter als 14 Monate sind, die auch so gefühlt aus der Rückbildung raus sind. Ihr wisst, die haben da eine ganz eigene Meinung zu. Das ist auch ganz, ganz individuell. Aber wir haben, habe ich ganz klassisch, habe ich die Freundinnen, die sich nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlen, wo die letzten drei, vier Pfunde einfach nicht weggehen wollen, die sich festsetzen, die total frustriert sind, weil sie mit der Ernährung nicht klarkommen, zu wenig Sport haben und das Gefühl haben, sie sind eigentlich mit der Mami-Rolle auch überhaupt gar nicht happy. Ja. Weil das alles miteinander zusammenhängt und genau für diese beiden Rollen, finde ich, ist das Programm, was du entwickelt hast, extrem gut. Ich habe es ja jetzt getestet, sechs Wochen lang. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich sage euch Leute, und ich bin ja jetzt auch, ich mache ja auch schon viel Sport und ernähre mich auch wirklich gesund, unabhängig jetzt vom Kuchen und ich esse auch mal Kuchen und Pizza. Es hat bei mir auch Klick gemacht und das war so gut. Und es ist nämlich genau so, mein Kühlschrank, wenn ich einkaufen gehe, denke ich anders um. Ja. Und jede Mahlzeit ist auch einfach anders. Ja. Also es ist einfach so mega genial und es ist mir auch egal manchmal, ob manche Sachen zusammenpassen oder nicht, aber ich mache das nach dem Baukastensystem und weiß am Ende vom Tag, auch wenn ich jetzt den Kuchen gegessen habe, so wie du es gerade eben gesagt hast, ich weiß, was ich nachher zum Mittag esse und was es heute Abend gibt. Und es ist vollkommen okay. Hat er das mal auch das hier? Weißt du, was ich meine? Der leckere Latte Macchiato, den du gerade in der Hand hältst und mich die ganze Zeit provokativ anschaust. Genau der. Warte. Genau der. Lass es dir schmecken, Kata. Genieß den leckeren Schluck. Aber erzähl nochmal ein bisschen, weil ich finde das Programm ist wirklich gut, weil wir kommen ja jetzt zum Lösungsansatz. Also wir fühlen das, wir wissen, dass es das ist. Also wir fangen jetzt nicht mit allen Sachen an. Wir konzentrieren uns auf eine Sache, jetzt mal auf das Thema Ernährung und Sport kann danach auch gerne dann mit dazu kommen. Kata, du sprichst da einen ganz, ganz tollen Punkt an. Viele Frauen, erst mal kurz die Bars, viele Frauen, die sagen, boah, ich fühle mich unwohl. Die haben so viele Komponenten im Kopf, die sie jetzt alle ändern wollen. Ernährung, Sport, vielleicht morgens noch meditieren, eine Stunde Yoga machen, journalen und jeden Tag ein Buch lesen. Manifestieren hast du vergessen. Ach so, Entschuldigung. Und manifestieren. Wollen wir euch natürlich nicht unterschlagen in dieser wunderschönen Liste von einer ausgiebigen Morgenroutine einer Singlefrau ohne Kinder. Genau, richtig. Danke dafür, Kata. Genau. Wenn man was ändern will, macht es Sinn, sich eine Komponente zu nehmen. Weil wenn man sich eine vornimmt und mit einer guten Strategie und ein bisschen Unterstützung rangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinbekommt, 85 Prozent. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Ernährung ändern, konzentrieren wir uns auf Ernährung und fangen nicht dabei noch gleichzeitig mit fünfmal Marathon-Training an. Nein, das tun wir nicht. Sondern wir konzentrieren uns jetzt sechs Wochen auf Ernährung. Und dann starten wir am besten mit dem Baukastensystem. Das heißt, wir wollen lernen, ein System im Kopf zu haben, was wir automatisch überall anwenden können. Ohne eine App aufzumachen, ohne ein Buch aufzumachen, ohne sich mit jemandem zu unterhalten. Und wir denken Ernährung in Komponenten. Und das ist ziemlich einfach. Wir haben vier Komponenten. Die erste Komponente sind Proteinquellen. Wir brauchen Proteine. Proteinquellen sind in Fleisch, in Tofu, in Edamame und so weiter. Es gibt gute Proteinquellen. Es gibt natürlich auch schlechtere wie Chicken McNuggets von McDonalds. Wir denken in Proteinquellen als erste Komponente. Die zweite Komponente, da denken wir in Kohlenhydrate. Gute Kohlenhydrate wäre eine Vollkornnudel. Vielleicht ein weniger gutes Kohlenhydrat wäre das Gummibärchen. Aber alles sind Kohlenhydrate. Die dritte Komponente sind Fette. Auch da gibt es wieder die guten und die schlechten. Gesunde Fette sind Olivenöle, Nüsse, Avocado, Nussmus. Schlechte Fette ist vielleicht die Salami. Und die letzte Komponente ist unsere... Oder der Frischkäse, ne? Oder Frischkäse, Katja. Es war schön, dass die Mutter deines Mannes auch mitgemacht hat. Unser Oldie in der Runde. Die Frischkäse wird für uns immer der Running Gag bleiben für immer. Ja, und die letzte Komponente sind Pflanzen, Gemüse. Davon habe ich viel zu wenig gegessen übrigens, by the way. Genau, genau. Und wir denken, egal wo wir sind in diesen vier Komponenten. Und wenn ich jetzt hektisch in der Stadt unterwegs bin und Hunger bekomme, dann versuche ich irgendwas zu finden, was den vier Komponenten am nächsten kommt. Es ist einfach, wenn ich samstags meinen Großeinkauf mache. Ich gehe entweder über den Markt oder in den Supermarkt. Dann gehe ich genau in diesem vier Komponenten-Ding, ohne mir einen Einkaufszettel zu schreiben, durch den Supermarkt. Das mache ich auch jetzt, ne? Das ist auch richtig krass. Das ist so krass hängen geblieben. Also es ist einfach so heftig. Man geht durch die Gemüseabteilung vorne und sucht sich einfach Gemüse aus. Da brauche ich kein Gericht im Kopf zu haben. Da gucke ich mir, was ist saisonal, was ist regional, wo bekomme ich eine gute Qualität. Ich kaufe mir jetzt nicht im Winter vielleicht die Erdbeeren, sondern etwas anderes. Regional zu denken ist ja hier, by the way, auch nochmal ein richtig gutes, also saisonal zu denken, richtig wichtig. Weil das ist auch oft das, was der Körper tatsächlich braucht zu der Jahreszeit. Wir haben es nur verlernt, dadurch, dass wir halt in einem Überangebot sind. Das ist auch gerade so, wo wir auch gucken. Außer die Heidelbeeren, das ist halt so. Aber ich kaufe auch ganz viel, ehrlicherweise Himbeeren und so, auch TK, um sie halt in den Smoothie reinzuschmeißen. Und das ist auch okay. Prima. Dann haben wir die zweite Komponente, Kohlenhydrate. Meistens kommt im Supermarkt dann das Kohlenhydrate ab Teil. Vollkornprodukte, Wildreisprodukte, Couscous, Amaranth, Haferflocken. Das wandert dann als nächstes rein. Wenn ich vorne mein Brokkoli gejagt habe und dann hinten oder auch Hülsenfrüchte, werden oft als Proteinquelle eingeordnet sind, haben auch viel Protein, aber am Ende bleiben sie Kohlenhydrate. Aber es gibt geile Kombiprodukte, die wir ja festgestellt haben auch. Dieses eine Produkt, ich weiß jetzt leider nicht, von welcher Marke das ist, aber das ist so ein bisschen so reisähnlich, aber Protein und halt eben Kohlenhydratmix. Und das ist unfassbar gut. Und das hat mich so satt gemacht. Ja, vor allem im Nudelbereich. So linsenbasierte Nudeln und so weiter. Richtig gut. Und da schmeißen wir einfach was in Einkaufsfragen von. Ob wir, ja, die ganzen Komponenten, die finden wir im Supermarkt einfach rein damit. Rein damit. Und dann kommen wir meistens in die dritte Abteilung, die Proteinabteilung. Joghurt, Hühnchen. Frischkäse nicht. Frischkäse nicht, das ist fett. Hüttenkäse. Hüttenkäse haben wir noch. Hüttenkäse, Harzerkäse. Ja, richtig gut. Fisch, eine super Proteinquelle. Und für die, die vielleicht sagen, okay, ich bin vegan, vegetarisch, da haben wir die ganzen Tofu, die ganze Welt des Tofus, Edamame übrigens auch, eine ganz tolle Proteinquelle. Und wir haben natürlich auch pflanzliche Proteinshakes, Proteinshakes an sich, die man mal schnell in Müsli rühren kann oder so. Da wollen wir nicht die Augen zumachen. Das ist die dritte Abteilung. Und da werfen wir mal rein. Und dann kommt die vierte Abteilung Fette. Gut, vielleicht haben wir uns schon eine Avocado vorne in der Gemüseabteilung mit eingepackt. Die zählt auch dazu. Aber das tolle Ölregal mit Olivenölen, mit Avocado-Olen, mit Nussölen. Oder Walnüssen. Oh, oder Walnüssen, stimmt. Sonnenblumenkerne. Nussmus. Oh, so ein leckeres Cashewmus. Aber es ist wirklich gut. Und danach ist es wirklich so easy, weil ich habe jetzt gerade echt so, wenn ich so mein Müsli habe morgens, also ich mache gerne so einen Löffel Skier dann tatsächlich rein. So, und dann auch Haferflocken, Skier, Beeren als Gemüse quasi, weil das ist so ein bisschen so eine kleine Ausnahme. Und noch Walnüsse drauf. Fertig. Und du hast genau die vier Komponenten ohne ein Rezept. Und ich bin satt danach. Ja, und auch für die Männer, die vielleicht mitessen wollen. Man kann auch, Eier sind übrigens auch eine gute Proteinquelle. Gemüse, also Zwiebeln, Filze, Tomaten, Eier. Ja. Dazu ein schönes Vollkornbrot. Und da haben wir ja schon die Kerne drin. Das heißt, die Proteinquelle ist schon mit drin. Haben wir ein super Komponentenessen, ohne uns lange Gedanken machen zu müssen. Mittags. Wir haben den Blumenkohl eingepackt. Wir haben die Linsen eingepackt. Die Kokosmilch können wir noch mit einpacken. Und ein bisschen Hühnchen. Und da haben wir ein ganz leckeres, schnelles Gericht. Mit den vier Komponenten. Da machen wir ein schönes Hühnchen-Blumenkohl-Curry. Und genau so zu denken, das macht es einfach so viel einfacher. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wir es unserem Großen auch erklären. Also wenn ich den am Tisch sitzen habe, und das ist echt cool, weil klar sind die auch mal, die kriegen auch mal einen Schokopudding als Nachtisch. Das gibt es bei uns nicht jede Woche und auch nicht jeden Tag. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt gestern hatten wir einen Laternenumzug und Familie war da. Und dann gab es auch einen Pudding. Aber bei uns gibt es dann halt manchmal so eine, also es gibt die Regel, auch im Robinson-Club, ist es so, wo es halt irgendwie zu jeder Mahlzeit Frühstück, Mittagabendessen und nachmittags ein Eis gibt. Mir ist es egal, im Urlaub dürfen die auch so viel Eis essen, wie sie wollen. Also da mache ich auch mit, weil ich finde so ein Genuss für die Kinder darf dann auch sein. Aber die Regel zählt, wir gehen an das Buffet und es wird von allem was genommen. Und jetzt mit der Erklärung, dass wir das ja zu Hause jetzt auch sechs Wochen so extrem gemacht haben, setzen wir uns wirklich hin und sagen, okay, was ist dein Protein, dein Kohlenhydrat, was ist da Fett und was so. Und das alles zusammen ist das Beste für deinen Darm. Weil ich merke, meine Darmflora und ich bin quasi eher im Team Verstopfung, hat sich definitiv verbessert dadurch. Richtig krass so, dass mein Physiotherapeut das festgestellt hat. Ja, und ich finde, das ist total schön, weil er versteht das. Und ich meine, er ist ja dann auch samtags bei dir beim Sport mit dabei. Und dann sagt er auch immer, ich bin mal für meine Muskeln und so. Aber was cool ist, weil er kriegt das ja vorgelebt und das ist schön, weil wir bringen es ihm halt für den Rest seines Lebens bei. Und dann ist es auch egal, ob er seinen Schokopudding danach mal isst oder nicht. Und mit Kindern kann man das super arbeiten. Das ist natürlich dann Oberliga. Ja, wenn man es schafft, den Kindern in den richtigen Worten genau dieses Baukastenprinzip beizubringen. Er ist halt sechs, er ist halt schon älter. Und was mit Sechsjährigen ganz, ganz toll hilft, das hast du ganz automatisch als Supermami gemacht, in Superkräften zu reden. Proteine, boah, da bekommst du Muskeln, du wirst stark, ja, auch bei Mädchen, ja, du bekommst eine tolle Haltung, je nachdem, für was das Kind sich interessiert. Jungs können sich auch für eine tolle Haltung interessieren. Manche Jungs halten nichts von Muskeln. Man kriegt es aber irgendwie mit dem Körper kommuniziert, ja. Dann Fette, da wirst du schlau für das Gehirn, ja. Du kannst viel besser denken, ja, für deinen Kopf. Dann haben wir Kohlenhydrate, damit du den ganzen Tag rennen und spielen kannst, damit du Energie hast. Vielleicht lasse ich die mal weg. Lass uns, lass uns, vielleicht lässt du die mal weg. Okay, das sind die Geheimtricks der Mama. Das habe ich aber nicht gesagt, nicht, dass du mir sagst, Katha, dass es sich am Ende anhört, als hätte ich gesagt, Kinder, bitte keine Kohlenhydrate mehr. Die sind bei uns schon verbrannt, da geht es noch nicht mal zu Haustür raus. Und Gemüse, da bleibst du immer gesund, mein lieber Sohn. Denn kein Virus, kein Bakterium auf dieser Welt kommt in dich rein, wenn du viel Gemüse isst. Also mit Kindern kann man toll mit dem Baukastensystem in Superpowers sprechen. Ja, das ist richtig cool. Richtig cool. Das ist richtig gut. Richtig cool. Hast du schon, macht man automatisch meistens. Mega. Also ihr seht, da ist so viel drin. Jetzt ist nur die große Frage, wie kommt man da dran? Erzähl mal. Wann geht es bei dir in die neue Runde? Genau, was wir momentan anbieten. Ich habe erst versucht, alles im Einzelcoaching hinzubekommen. Ja, jede Mama, die zu uns kommt. Es kommen ja nicht nur Mütter zu uns, es kommen auch Väter. Es kommen auch Menschen, die einfach abnehmen wollen. Das ist klar, voll, ja. Also für jeden kann dieses Baukastenprinzip gelten. Gerade die, die auch wenig Zeit haben. Für alle, die wenig Zeit haben. Am besten nimmt man mehrere Menschen aus der Familie mit, kurzer Erfahrungsbericht, weil das ist nämlich richtig cool, weil das nochmal eine andere Dynamik gibt. Tatsächlich, Ernährung ist Familiensache. Es ist viel besser, wenn man alle einen Wissensbestand hat. Ja, jeder weiß das Gleiche, als wenn einer motiviert aus so einem Seminar rauskommt und die anderen nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht man natürlich das ganze Programm in Einzelcoachings bei uns oder man kommt in die Seminare, was ich empfehle, weil man da einfach auch den Austausch hat. Und was machen wir? Wir bieten momentan das Seminar vier bis sechs Mal im Jahr an. Nächste Runde ist, glaube ich, Januar. Januar, Juni, Oktober und November machen wir nochmal. Wie auch immer. Und das sieht wie folgt aus. Es gibt eine Bedingung. Man muss sich einen Samstag sechs Stunden Zeit nehmen, weil wir müssen im Detail verstehen, diese sechs Stunden sind das Invest, danach brauchst du kein Kochbuch mehr, danach brauchst du nur noch dich und deinen Kopf und kommst durch den Alltag. So, sechs Stunden kommen und danach hat man die Möglichkeit, sich sonntags immer eine Stunde, ein Stündchen in Motivationssessions reinzuschalten und Austauschsessions. Wir haben nämlich nicht nur mich als Ernährungscoach, sondern wir haben auch Motivationstrainer, wir haben Personal Trainer, wir haben generell Coaches mit im Team, die dabei unterstützen, dass dieses Baukastensystem in den sechs Wochen ganz tief in dir verankert wird und du so über Jahre leicht durch den Alltag kommst. Und die nächste Runde geht los im Januar. Und da freue ich mich auch schon. Wir haben euch den Link in die Show Notes. Oh ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz viele Muttis und Familien mit dabei sind und das Programm testen und kräftig mitmachen, weil ich weiß, dass dieses Programm das Leben verändern kann, den Mami-Alltag viel einfacher machen kann und euch auch alle wieder glücklich machen kann. Ja, weil wenn die Ernährung nicht stimmt, haben wir wenig Energie, da reden wir wieder von den schönen Superpowers. Ja, ja, ja. Weil die fehlen ja auch dann den Müttern. Körperlich stark, gesund, fit, klar denkend. Ja. Und bei sich selber ankommen vor allem. Und bei sich selber ankommen. Und halt irgendwas. Und ich finde, das ist auch, wenn wir jetzt nochmal so an die Rollen denken, die ich jetzt vorhin so erwähnt habe, es ist nochmal, ich finde, man hat das Gefühl, man hat so einen Stein zum Rollen gebracht. Und selbst so wie ich jetzt, die heute Morgen möglich jetzt sich da den Kuchen reingepfiffen hat, also es ist so ein kleiner Stück Kuchen, weil mir der Kreislauf die ganze Zeit abgeschmiert ist hier, weil ich es natürlich nicht geschafft habe, heute Morgen zu frühstücken. Aber ich war auf jeden Fall um 8.30 Uhr aus dem Haus heute Morgen. Ich bin nicht sauer auf mich. Also ich habe jetzt auch kein Problem, das zweite Stück da noch zu essen, sondern weil ich einfach weiß, wie ich den restlichen Tag dann gestalte und halt eben auch morgen. Und genau darum geht es. Es geht nicht nur um das Baukastenprinzip, sondern in den sechs Wochen auch das Mindset zu verändern und diese kognitive Flexibilität zu erlernen, dieses schöne, leckere Stück Kuchen, welches ich da noch sehe, zu genießen und sich zu sagen, hey, es hat heute Morgen überhaupt nicht geklappt. Ich habe keine guten Komponenten gegessen und habe in die schlechteste Kohlenhydratkiste gegriffen, die ich hätte machen können, nämlich in die ganz große Zuckerabteilung. Aber ich kann es heute Abend ja nochmal versuchen oder ich versuche es morgen. Ja, und das, mit sich selbst im Reinen zu sein und zu sagen, der Alltag wirft uns einfach manchmal Steine in den Weg. Da kommen mal Schluchten, da kommen mal Berge und es regnet auch mal. Ja, man ist dann krank oder man hat irgendeinen Vorfall in der Familie, whatever. Das weiß man halt, wie es ist. Was aber total schön ist, in der Gruppe, in der wir waren, waren ja halt auch Mamas mit dabei. Und es ist echt heftig. Also da sind Kilos von zwei bis sechs Kilo sind echt definitiv gefallen und das finde ich richtig krass. Und die Spitze war sogar bei acht, neun Kilo. Und das ist heftig, weil es einfach nur eine Umstellung ist. Also das war noch nicht mal ein krasser Verzicht, sondern wirklich einfach ein Umdenken. Also ich habe das tatsächlich auch übrigens über so eine To-Do-Liste gemacht. Ich meine, ihr wisst, ich bin ein Strucki, aber ich habe das echt, ich habe meine Komponenten und das ist auch so, man kriegt halt auch nach Größe, nach Gewicht und auch nach Ziel kriegt man halt die Vorgaben, wie viel man halt eben essen sollte in der Zeit. Und ich habe mir die auch schön in so eine Liste reingepackt und jedes Mal, wenn ich gegessen habe, habe ich mir die aus der Liste rausgeschmissen und habe halt immer jeden Tag geresettet. Und ich wusste halt immer für jede Mahlzeit, was darf ich oder was sollte ich jetzt noch essen oder auch nicht. Und wenn ich irgendwie drei Proteine irgendwie über hatte für einen Tag, habe ich dann halt mal mir drei Löffel Skier in die Schüssel reingeschmissen. Ja, das ist das Tolle. Wir berechnen wirklich für jeden Teilnehmer ein individuelles Skript auf den Körper zugeschnitten, weil eine große Frau kann ein bisschen mehr essen als eine kleine Frau. Und je nachdem, wie viel Körperfett denn noch aus der Schwangerschaft auf der Hüfte geblieben ist, darfst du Mengen essen. Also wir reden auch über Mengen dann am Ende, logisch. Ja, und dieses individuelle Skript ist einfach die Basis für den Alltag. Und du hast mit To-Do-Listen gelöst? Habe ich total, ja. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mir da jetzt nicht mehr reingucke, aber trotzdem habe ich das Baukastensystem auf dem Teller liegen. Ja, irgendwann hast du es im Kopf noch. Und das ist halt einfach geil. Also es ist so wirklich wie so eine Stütze am Anfang, um da so reinzurutschen. Aber es ist jetzt einfach so, und da kommen wir wirklich hin, wo ich sagen muss, okay, wenn du da dran bleibst und immer wieder da dran denkst, dann ist es lebensverändernd. Ja. Dann ist es definitiv was, was uns stark irgendwie beeinflusst, weil das halt einfach so krass geklickt hat im Kopf. Also das war echt gut. Ich meine, man fliegt immer mal wieder raus. Also man merkt immer mal wieder, oh, jetzt hast du dich eine Woche fast gar nicht dran gehalten. Und dann ohne, dass man einen Ernährungsplan auspacken muss, ohne dass man irgendwas machen muss, kann man einfach anfangen. Funktioniert im Restaurant übrigens auch sehr, sehr gut. Das stimmt, ja. Beim Italiener gibt es nicht immer, wenn ich sage, oh, ich will nochmal ein Kilo Körperfett, es wird bald Sommer. Dann gibt es eben nicht die Pasta mit Bolognese, sondern das Galopine, Proteinquelle, Alimone mit Grillgemüse. Super, da haben wir Gemüse dabei. Vielleicht machen wir uns noch einen Salat mit Nüssen dazu, dann haben wir eine gute Fettquelle. Wir haben das Galopine, das ist eine Proteinquelle und zack, haben wir ein perfektes Gericht. Oder der Lachs. Lachs mit Grillgemüse, einer schönen Kartoffel. Und dann lässt man mal das Ölgedippe vorher weg, weil Öl, viel Öl hat natürlich immer auf viel Kalorien. Und so kann man, egal in welchem Restaurant man ist, super Entscheidungen treffen. Funktioniert sogar in der Apfelweinwirtschaft. Und bei McDonalds auch. Bei McDonalds auch. Aber es funktioniert überall. Funktioniert überall. Einfach mal in den Komponenten denken. Also auf jeden Fall unbedingt mal reingucken. Wir packen euch alles in die Shownotes. Bonny, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Wir sprechen nochmal über das andere Thema. Das ist bestimmt auch super spannend. Oh ja. Auch mal in einem Austausch mit Rieke. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. War eine tolle Zeit mit dir. Voll schön. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020